Erdogan will seine islamistische Präsidialdiktatur in der Türkei errichten und sein Hass und seine Hetze haben längst auch Deutschland erreicht. Seine Moscheevereinigung DITIB bespitzelt Andersdenkende, seine Lobbyorganisation UETD führt den Werbefeldzug für die Diktatur, für die Einführung der Todesstrafe in der Türkei auf deutschem Boden aus, schüchtert Andersdenkende ein, denunziert sie und bedroht sie. Wir stehen an der Seite der Demokraten in der Türkei und auch der Andersdenkenden hier in Deutschland. Und deshalb sagen wir Nein, Hayr zur Diktatur, Hayr zur Errichtung der Todesstrafe in der Türkei, Ja zu Frieden, Freiheit, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit in der Türkei. Vielen Dank.